Und damit hallo und herzlich willkommen zu Basmati Gaming und Life is Feudal. Viel Spaß dabei. Flattened Ground, Flattened Ground with Downgrade Slope, with Upper Slope. Wie doof dieses Equipen aussieht. Einfach irgendwie an den Arm packen oder so. Wie kann ich den jetzt benutzen, Niki? Rechtsklick Equip im Inventar. Hab ich schon. Achso, die musst du nur ausgewählt haben. Dann kannst du schon so Sachen machen. Wie ausgewählt denn? Ja, nee, so wie du sie jetzt hast. Ah, okay. Ich hab ja irgendeinen Zeul bekommen. Aber keine Steine. Er hat lauter Dreck hier. Ich probier mal hier... Ich muss halt irgendwo hin, wo so Kieselsteine auf dem Boden. Hast du da was gesehen? Ah, nee. Hier, ich probier mal... Fuck. Nee. Ich bekomme mal keine Steine. Okay, hier funktioniert es noch nicht. Ja, das läuft ja gerade richtig gut, ja. 70, 80 FPS die ganze Zeit. Ja. Im Moment läuft's. Dicke Tunnel. Äh, Tunnel. Äh, Tunnel. Hä, 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 Hä. Inspect the tree. The mouse button deformable deal. Wie kann ich denn Holz hacken? Also, muss ich da einen speziellen Baum gehen oder was? Ah, nee. Ich brauch ne Pickaxe. Steht das hier. Aber ich bin vom Level jetzt. Ja, ne Axt hab ich. Ne, ne Pickaxe brauchen wir dafür. Ah, okay. Ich suche mir mal einen Flintstone. Ich mach mir erst mal ne Pickaxe als nächstes. Dann können wir den Tunnel buddeln, Alter. Dann bekommen wir bestimmt Steine. Ja, ich hab nen Flintstone. Ja, ich suche auch nochmal einen. Ah, ich hab kein Dings mehr. Keinen Branch. Ja, ich auch nicht mehr. Neppe Branch. Kannst du nicht eigentlich mit deiner Axt das schneller machen? Ja, bevor, kriegt man den nochmal am Baum oder was? Echt? Klick am Baum und dann Snapper Branch. Oder, da müsstest du dann eigentlich wahrscheinlich mit der Axt jetzt mehr Optionen haben. Vorher hatte ich nur zwei. Ne, ist... Und du hast jetzt... Ich guck jetzt mal. Ja, der macht bei mir nix anderes. Die Animation bleibt gleich. Also, sie holt bei mir die Axt nicht raus. Ja, ist aber... Normal? Ich weiß es nicht. Ja, ich hab jetzt einen gekriegt. Ganz normal. Pickaxe. Oh, ich brauch drei Blendfiber. Dann hab ich eine. Ich hab's dann schon alles. Ähm, wie mach ich denn das nochmal? Was kann ich denn noch? Get... Äh... Get a Bark. Das ist einfach so ein Baumstamm, oder was? Wahrscheinlich. Ah, das ist der Baum groß, ne? Wenn du den jetzt abbaust, ey. Ja, ich muss ja nicht den ganzen Baum... Aber so ein paar Baumstämme, da können wir uns was bauen. Na... Oh, jetzt kann ich auch schon Blätter sammeln. Ah, dann gib mir erst mal einen Blendfiber. A Saw? Ja, noch eins. Ich brauch noch eins. Mit der Saw... Was könnte man denn da nochmal mitmachen? Ja, irgendwas schneiden oder so. Kleiner machen. Knife ist bestimmt auch gut. Dafür brauch ich noch einen Stein. Ah, letztens nicht gefunden, ne. Komm, such mal einen Blendfiber. Ich will den scheiß Tunnel buddeln, Alter. Ah, ich kann hier schon was essen. Ich ess mal grad was. Muss man? Wo hab ich... Ah, das braune da ist, der Hunger. Ja, gelb eher so bei mir auf jeden Fall. Ja, genau. Freundlich gelb, grün, so. Wenn du was brauchst, dann sagst du das. Ne, ich hab auch noch was. Okay. Aber ich fühl mir das mal wieder auf. Ja, vom Start aus schon was. So, jetzt mach ich mir ne Pickaxe, Alter. Richtig ab. Oh nein, jetzt hab ich abgebrochen. Nochmal. Dann wird ein Tunnel gebuddelt. Ja, ich würd mal gern irgendwas bauen. Ja, dafür müssen wir erstmal die Rohstoffe sammeln, ey. Und zwar richtig ordentlich. Okay, ich kann mir jetzt ein Messer machen. Pickaxe. Äh. Grip. Wie lange der braucht, um einfach nur so ne Scheiß-Pakeaxe in die Hand zu nehmen. Ja, vor allem die Animation dafür. So, wo war das? Hier. Hier mach ich jetzt nen Tunnel, Alter. So, ich hab jetzt nen Knife. Bam. Bam. Was auch immer mir das Messer bringt. Das sieht nice aus, die Animation. Aber der Sound passt dazu nicht. One, you're overburdened. Alter, ich hab mega viele Rocks jetzt bekommen, oder was? Aber irgendwie hat sich da nichts getan. Ne. Ich hab 50 Steine. Alter. Gib mal was ab. Ja, hier ist auch nix mehr. Ablegen. Drop. Alter. Dann wird mir gesagt, you need a proper tool. Shovel for that action. Alter, jetzt muss ich die Schaufel dafür auspacken, um das zu droppen. Hey, jetzt hat sich was getan. Hast du gesehen? Ja, der Boden hat's verändert, gerade. Ach, ne, jetzt hab ich die Steine dahin gepflanzt. Ja, jetzt kann ich mir die holen. Oder die holen. Hahaha. Du bist jetzt aus dem Tunnel, ihr Ding, ey. Wie lege ich die da einfach nur ab? Ich will die einfach nur hinlegen. Wie, ich hab nix gefunden. Willst du mich verarschen? Oh. Ich hab schon wieder welche hingeknallt, Alter. Nice, ey. Hier ist trotzdem ein Tunnel, Dicken. Was kann ich denn mit so'n scheiß Messer machen? Einfach gar nix. Ach, fuck. Aber es macht schon Spaß, auf jeden Fall, das Spiel. Alter, da kann ich nicht jetzt alles machen. Ich hab nur so Lumpen, Mann, ey. So richtige Bergarbeiter, ey. Ey, man sieht ja irgendwie nix von dem Tunnel. Ne. Wieso ist meine Axt weg? Ich hab's auch Equip gedrückt. Jetzt läuft's ja auch. So komisch einfach nur. Wie kann man, wie kann man denn hier angreifen? Alter, jetzt hab ich wieder 50 Steine und so mega viel Dirt. Wie kann man das denn einfach nur ablegen? So hart viel Dreck dabei. Mal ziehe hier einfach einen Haufen, wo ich den Dreck hinlege. Boah, ich kann jetzt auch grad nix mehr machen. Hier werde ich den Dreck hinlegen. Oh, mit die scheiß Schaufel schon wieder ausrüsten. Kann das sein, ey. Ja, das dauert doch immer so lange, ey. Ich kann grad gar nix mehr machen. Keine Aktion mehr. Ich blöde. Ja, doch jetzt. Ich probier jetzt einfach mal alle Animationen aus an so einem Baum. Was da unterschiedliches rauskommt, werde ich ja sehen. Inspect a tree. Snap a branch. Aber wie kriegt man denn die Baumstämme? Das ist irgendwas Spezielles. Ich probier jetzt einfach mal alles aus an dem Baum. Ist das nicht das? Ja, hab ich ja eben auch schon gemacht, aber da hab ich ja keinen Baumstamm rausgekriegt. Hm. Nö, das war das auf jeden Fall nicht. Get a bark, hätte ich gedacht. Bark ist doch so ein Stamm. Ich probier alles. Fishing pole, torch, saw, cup. Suitable and stick. Ich find's auch so nervig, dass man immer wieder wechseln muss mit Tabulator. Hooking pod. Aber wenn du Steine brauchst, ne? Ah, ne, ich kann ja... Oh, Mann. Wie kann man die denn irgendwie... In Tütchen legen und ablegen? Ne. Hammer, shovel, sickle. Was ist das denn? Ne Sichel. Aber die mach ich mal. Da kann man bestimmt diese... Flintstone brauch ich dafür. Ja, ich brauch auch einen Stein. Ich geh mal weiter den Berg hier rauf. Einfach mal so ein bisschen gucken. Brauch ich noch Blend, Fiber. Also es sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ist halt clever gemacht. Die haben halt eine extreme Unschärfe in der Weite. Finde ich. Das ist echt nervig. Nachdem man was gecraftet hat oder was gesucht hat, dann muss man immer wieder wechseln. Also dann kommt man immer in dieses Mausmenü wieder rein. Oh ja, das nervt auch. Das ist nervig. Weiß ich auch nicht, was es soll. Ja, ich weiß es echt nicht. Ich meine, der Wechsel an sich ist ja ganz witzig. Oder auch notwendig. Und auch gut gemacht. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu dem Berg da hoch. Aber irgendwie finde ich keine Steine mehr, ey. Hier wäre bestimmt gut was mehr los gewesen, wenn wir auf dem Fallen-Server gegangen wären. Ich glaube, dieser See ist wie so ein Dorfplatz irgendwie. Hier gibt es ja fast alles. Jawohl. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Master Protector. Okay. Entschuldigung. Ich habe Angst, dass ich hier den Berg runterfalle irgendwie. Ich bin schon die ganze Zeit so am Rutschen. Ich komme da gar nicht bis oben hin. Wahrscheinlich. Was ist, wenn man tot ist hier? Keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt zwei Steine. Drei Steine. Ich habe eine Sicht, ne? Ich habe keinen Plan, was die mir bringt. Ähm. Was? Ist meine Sicht weg? Verarschend. White Plant Feeder. Ah ne, die habe ich jetzt auch noch rausgerüstet. Okay, wo kriege ich das denn her? Einfach vom Boden, hast du gesagt, gell? Ja. You need a sickle. Oh fuck, dafür brauchst du eine Sichel. Oh, wo bist du? Hier oben. Was hast du gedrückt? Weil für Planet Fireball brauchte ich noch nie eine Sichel. Farming. Ah, okay, und dann? Das erste. Wild Plans. Farming. Get a Wild Plans. Ah, weil ich habe eine Sichel. Ja, jetzt macht er das bei mir. Zufällig habe ich drauf gedrückt. Ich habe das Falsche genommen. Ich weiß ja nicht mal, wofür die Sichel gut ist. Alter, dauert das lange. Ich sammle jetzt einfach mega viel, mache mega viele Werkzeuge. Na, ich habe auch schon drei. Okay, ich komme den Berg hier nicht mehr hoch. Doch. Ich will ganz oben hin. Boah, Alter, geht das steil hier nach oben. Aber dieses Farming dauert eine Stunde, ne? Eh net. Alter. Seit du es gesagt hast, bin ich dran. Und ich bin, Moment, jetzt fertig. Und ich habe nichts gefunden. Geil. Das muss so sein. Alter, siehst du mich? Boah. Das hat sich gelohnt, hier hoch zu gehen. Naja. Es sieht ja mal richtig geil aus. Also obwohl die Grafik ja eigentlich... Die Grafik hat mich ja nicht so überzeugt. Aber das hier sieht einfach gerade geil aus. Nein, 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 nein. Nein. Sieht schon gut aus gerade. Muss ich sagen. Gut. Bei den schönen... Soll ich willst was bauen. Ja, will ich auch. Ich mache mir mal eine Angel. Fishing Pool. Aha. Oder Pool. Ah, das Boot ist ein Samending, sowas. Was du besetzen kannst. Ich habe auch so ein Teil. So, ich bereite jetzt mal hier vor, irgendwie um was zu bauen. Lass mal unten am Wasser bauen, ja? Ja, was brauchen wir denn noch? Einen Hammer? Was hast du denn jetzt schon alles? Keine Ahnung. Ich habe die Axt. Ich habe eine Schaufel, ich habe eine Sichel und eine Pickaxe. Okay. Die Mucke ist echt geil. Dann hole ich mal... Dann mache ich mal eine... Ich mache mal eine Säge. Ja, okay, gut. Boah, dafür brauche ich noch richtig viel, Alter. Noch zwei Stämme, noch vier Steine und noch zweimal dieses Fieber. Ah, jetzt kann ich nämlich hier, ähm... verschiedene... Ja, Bild. Wow, ne? Was denn? Was passiert? What the fuck? Wie passiert das denn jetzt? Ah, okay. Sehr witzig. Das ist ja geil gemacht, ey. Was hast du denn gemacht? Was machst du denn da gerade? Jetzt sag doch mal. Ich bilde gerade einen Campfire. Ah, okay. Und dann kannst du halt eben das verschieben und so. Und das ist so mega witzig gemacht, das Verschieben. Ach so, ja. Das habe ich schon ausprobiert. Das ist echt gut gemacht. Great Campfire. Brauche ich... Ach so, fünf Stöcke. Das konnte ich mit dem Baumstamm eben nämlich auch machen. So nach links und nach rechts. So ganz normal drehen, wie man will. Ja, genau. Also wie ich es gemacht habe, musst du halt so stehen, also so gedrückt lassen und dann die Maus zu bewegen. Wow, wow. So ein Abgrund. Ich bin hier... Schade, dass das mit dem Tunnel-Dicken irgendwie nicht so wirklich geklappt hat. Ja. Wahrscheinlich sind die... Aber da kam ja nichts. Vielleicht sind die Bauer dann auch gestorben bei dem Tunnel da. Das ist einfach der Tunnel des Todes gewesen. Na, bei mir ist ja einfach nichts passiert. Irgendwie. Och man, ich will doch nur Steine. Man kann doch nicht springen, oder? Doch, Leertaste. Ah. Springst du jetzt ums Lagerfeuer rum, oder was? Das ist noch nicht gebaut. Ich bin gerade dabei, das zu bauen. Ich brauche irgendwie, glaube ich, noch zwei Steine, oder so. Jetzt noch drei Steine. Ne, ich müsste eigentlich alle haben. Okay, die Steine habe ich. Dann brauche ich noch dieses Fieber-Gedönster. Was wollte ich noch mal bauen? Säge. Okay, zwei Stöcke und zwei Fieber-Dinger. Boah, ich will hier einfach nur noch runterkommen, und zwar heil. Wow. Wow, wow, wow. Oh, wow, wow. Wo bist du? Ähm, da, wo wir vorhin die ganze Zeit waren. Okay. Mal, ich probiere. Oh, wow, wow. Ich fall die ganze Zeit hier runter. Hä? Branch. Fuck, ich habe die ganze Zeit Branches gesammelt. Ich habe doch heute auch viele. Warum will ich das jetzt nicht? Fuck. Bang, Alter, Alter. Mit dir kaputt. Hier liegt ein Stock, ein Baumstamm rum. Hä? Ich kann hier Gold suchen. Ich habe dir irgendwie aus den Augen verloren. Ah, jetzt geht's, glaube ich. Wo bist du? Ja, Kämpfer, ja. Wo denn? Juhu. Warte, ich komme noch dahin, wo wir schon waren. Seht ich nicht. Da, hier, rechts von dir. Achter. Ich habe sauviel dabei, sauviele Steine. Guck mal hier. Da. Wie viele Steine hast du? Sieben Stück. Ich habe 50. Ja, super. Da ist ein dick Tunnel da. Also, jetzt hätte ich den ich gar nicht holen müssen. Ich habe so viele Steine, ey. Der Hammer. Jetzt brauchen wir nur sauviele Branches, dann können wir da was reinmachen. Aber wir brauchen einen Kucken-Pot, um irgendwie was zu gucken, auf jeden Fall. Ja, ich gucke mal, was ich gleich baue. Ich brauche noch zwei von dem Fieber-Gedönster. Wir brauchen echt eine Zeit, bis man sich hier zurechtgefunden hat. Das ist so viel einfach auf einmal. Ja. Stimmt. Ich weiß noch nicht so recht. Jawohl, okay, das habe ich. Jetzt brauche ich noch so einen Baum. Ich weiß doch gerade nicht so genau, was ich machen soll. Das ist einfach so, weißt du, keine Ahnung. Ich werde es näher. Snare-Trap. Und das ist nice, eine Falle. Aber ich habe keinen Apfel, sonst könnte ich die Trap bauen. Okay. Da können dann Tiere rein, aber wo kriege ich einen Apfel her? Vielleicht hier in so einem Baum, Moment. Ja, der Bark. Mach mal. Ja, habe ich auch eben gemacht, aber da kommt irgendwie nichts raus. Ah, jetzt habe ich Rinde. Also Bark. Ich habe Cookies. What? Ja, ich habe Cookies. Okay, was soll ich denn machen? Ich habe jetzt relativ viel. Cooking Pot. Was brauchst du denn dafür? Rock. Also richtig Stein. Aber Cooking Pot brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen gucke ich auch mal gerade. Den müssen wir auf jeden Fall machen. Aber ich könnte uns so einen Cup, eine Tasse können wir uns machen. Ich weiß nicht, was die bringt. Ich würde auf jeden Fall gerade einen Cooking Pot bin ich am machen. Ich habe den gleich. Naja, ich angele Fische lieber. Okay. Ich muss ja auch kochen. Ja, ja, klar. Wir brauchen das eine oder das andere auf jeden Fall. Ja, einen Cooking Pot habe ich jetzt. Perfekt. Okay, das habe ich dann auch fertig. Ich brauche einen Apfel bauen, verdammt. Mit Äpfel sammeln. Ja, wo ich das Apfel herbekomme. Eine Pickaxe kann ich mir nicht machen. Achso, ich brauche... Ah, jetzt kann ich Shape Rock machen. Shape Granite. Marble Plate. Mörser und Stößel. Aber warum nicht? Ich mache mir gerade Mörser und Stößel. Ey. What the fuck? Was macht er denn jetzt noch? Ey, der hört ja gar nicht mehr auf. Alter! Wie viele Mörser und Stößel habe ich jetzt gemacht? Zwei Stück. Drop. Rissi, hier liegt jetzt ein Mösser und Stößel für dich. Ja, merci. Hier. Ah, warte, ich warte kurz, damit es siehst. Dass man immer so viel wegklicken muss, einfach. Hier hin, drück rechts, drück und mach open. Ich kann damit nichts anfangen, steht bei mir. Ah, okay, weil da steht noch, owner, Nicolas, Basmati, zwei Minuten. Damit kannst du uns in zwei Minuten aufsammeln. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Okay, ich hab jetzt meine Angel. Und mein Messer. Ah, nicht drop. Fuck, jetzt hab ich meinen Pikas getroppt. Nein. Ah, man kann das Inventar ja so zusammenschließen. Kann man, hat man sieben Steine, zwei Stöcke und sowas. Ja, genau, das geht. Okay, manchmal die ganzen... Oh, fuck. ...lassen Pflanzenscheiße hier zusammen. Warum haben wir so tausend von den grünen Pflanzen da? Geh jetzt zusammen. Hm. Okay. Das ist noch nicht so ganz, was ich jetzt machen kann. Ich auch nicht. Das ist halt irgendwie der Anfang, im Spiel reinzukommen, was man irgendwie machen kann, ist halt echt sau schwer. Ja, was vor allem sinnvoll ist. Oh! Gather berries, gather mushrooms. Ja, hab ich auch eben da gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, wo die Vorteile liegen, irgendwelche Werkzeuge zu machen. Nichts gefunden. Construction. Construct. LOL. Floor lamp, Ryan Press, Weddle fence. Bild. Was hast du jetzt gebildet? Noch nicht. Aber was würdest du gerne? Ah! Hä? Achso, ja doch, da steht es jetzt. Und... Oh, ich hab Hunger, aber ich will die Cookies nicht essen. Ah, ich brauche einen Hammer für die Action. Okay, ich mache einen Hammer. Wieso finde ich denn hier jetzt nichts mehr? Ach, ich brauche keine Branch mehr. Ah, so, jetzt konnte ich den holen. Snap a Branch. Oh, snap! Ähm, ich glaube, ich mache meine Pizza noch nichts gegessen heute. Wir haben schon... ...4 Uhr oder so. Ah, ich habe schon 5. Wie die Zeit umgeht, ey. Ja, das ist manchmal so. So, noch suchen, ob wir hier was finden. Wenn nicht, dann halt nicht. Jawoll, was gefunden. Dann baue ich noch irgendwas. Was habe ich denn eben gesagt, weil ich baue eine Säge, gell? Säge, dafür fehlt mir noch ein Ast. Ah, zu wenig Branches und zu wenig, ähm, Landfiber. Ja, jetzt, wo es mal läuft, dieses Spiel ist echt witzig. Ja, vor allem läuft es ja jetzt auch. Ja, vor allem mit... Ich habe fast 100 FPS, ey. Ja, ich nicht, aber 30 reichen mir völlig. Okay, so, jetzt kann ich noch mal was machen. Und zwar eine Säge. Boah, die ist echt wertvoll, die Säge. Also, was man dafür alles braucht.